Moin oder die jetzt zurück bei Red Dead Redemption 2, jetzt muss ich erst mal mein Team einholen, aber sie warten, es geht jetzt Richtung Zugüberfall, mal gucken was hier abgeht, ich bin sehr mal gespannt. Gibt es eigentlich eine Info, wie das heißt jetzt hier, John Marston, wer zum Teufel ist, Levitas Cornwell, das ist die Mission, ok, alles klar, gut zu wissen. Meister hier habe ich auch schon was, ok, los geht's. Griscoll. The train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any Outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny, Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur und Micah, du gehst direkt nach hinten. Das ist das, was wir nachher sind. Mr. Cornwalls privater Auto. Du und ich, Morgan. Great. Hast du ein Problem damit? Nicht, wenn du dich für einmal aufhörst. Du wirst dich über dich selbst. Huh? Enough! Nachdem Bill die Träcke schreit, wir müssen schnell gehen. Du schreit auf jeden Fall nach Pfälz? Auf was sie machen? Ja, Crystal. Ja, Boss. Gut. Jetzt komm mal. Das hört sich sehr, sehr einfach an. Aber ist es wahrscheinlich nicht. Ich bin immer gespannt, wie ich mich schlage. Wahrscheinlich werde ich direkt erst mal sterben am Anfang. Aber ich muss erst mal reinfinden im Spiel, ne? Ist ja alles am Anfang hier. Aber die Grafiken und die Kamerafahrten haben sich schon mal ganz gut programmiert. Sieht schon ganz nett aus. Aber auch haben wir schon wieder dunkel. Ah, okay. Out of the snow. Oh! Put the gun down. Oh, die Raffervermeyer. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Sequela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back. And that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. There's a lot of talent. Hold up here on the ridge. Hold. I'm really excited how I'm going to shoot him. Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Look at Bill, of course. Faster, 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 before he comes back. How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to the detonator. Where should I go? Okay, sure. We're going to see what I'm doing. With my Noobplay, I'll probably just go with my teammate in the water. So, I'll use the cover, okay. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Okay. The question is now, where is the train coming from? Is it a hole there? Also, from the mountain? From the tunnel? Or from the other side? That's the question. Well, we'll see all of them. Today, I'm rather looking forward to today. Just be ready to move quick. And remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says, all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. The train should be here any minute now. That includes you, Arthur. What are you doing? Have you already done everything, or not? Cover your face, Arthur. Oh, my face. Was ist richtig? Äh, was? Wirst du eher, um Kleidung auszuwählen und drücken? Ah. Hä? Hä? Hallo, ich hab's doch gedrückt. Witz von mir. Geht doch. Oh, oh. Oh, oh. Geht doch. Warte, ich springe auf den Zug, wo ist das? Wo? Warum? Oh krass. Ja, ich will schon auf keinen Fall. Ja, du bist okay. Jetzt gehen wir los. Wo ist Javier? Er hat ihn verloren. Die anderen werden ihn bekommen. Los geht's. Komm schon, wir müssen die Strecke stoppen. Hier ist noch ein Gopper. Ein Gopper hier. Wollen wir ihn nehmen? Aufmerksamkeit. Wer ist da? Aufmerksamkeit. Wer ist da? Okay, ich will mit dir. Was? Hey! Auf! We moving up? Oh shit! Oh shit! We got company! Gun's up! We got man on the track! Oh, vielleicht können wir die jetzt plündern. Warte mal. Nee, ist unbesiegbar oder was? Let's keep moving! You alright? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. We gotta hurry. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. I'm going up. We have to stop this train. We have to stop this train. You don't drive a Leviticus Cornwall train. You don't drive a Leviticus Cornwall train. You don't drive a Leviticus Cornwall train. How are you doing there? I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Well, no, 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 no. Ah, the other boys are Huh? Ah, the other boys are crazy. Ugh, the solid boys are crazy. Ah, I'm not going to be��. Did you see them? Juhu! Oh, it's tough. Wie gesagt, die Steuerung ist, wie gesagt, man müssen hakelig. Die Bastards must be guarding something. Still okay? I think so. Good. Damn, he's got no arms! Who is this guy? Well done, dude. Where the hell are the other? I don't know. Damn it! I thought that was all of them! We're gonna get out of this. Oh, I know who we are. Where is only one? What? I'm not sure. Boah! Here come more of them! Here come more of them! Here come more of them! Watch it! More of them ahead! Moment! Moment! Ich bin doch wieder da! Come on! Bring this up, boys! Let's get out of them! You're dead! Hoho! You're done now! Hey! Wo is jetzt hier wer? Over here, Powers! You don't know! You're shooting, kid! I can see now, why the old Driscoll has brought so many boys up here for this! Roger! Get over here! Good. We've managed. There's too much to loot. We don't have time to play games! What are you doing? Get over here! Ja, I come here. Hier is überall loot! Was so I can do? Dodge! Mensch, let's do it again! Let's go! What are you doing? Get over here! Dodge! Dodge! You two all right? Yes! Let's get the money and go! We got some fellas holed up in this last car! Ah, shit! What are you boys planning on doing in there? Listen to me! We don't want to kill any of you! Any more of you! I give you my word, but trust me! We will! I work for Leviticus Cornwall! Come on, boys! We got our orders! Okay! You asked for it! Five! Five! Four! Three! Two! One! It seems our friends have gone deaf! Wake them up a little! That's enough! Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open! Okay Blunte anzünden, alles klar Wieder bei Blunte anzünden, alles klar Das müssen wir eben stoppen und selber lesen, das ist mir jetzt gerade zu viel Das war bestimmt wichtig Guter Brandy, okay, wieder bei So, auch mal wieder bitte selber stoppen und selber lesen Ich glaube nicht Hier, mach dich selbst sinnvoll, wir alle wissen, dass du das kannst Gib mir das Railroad contracts, invoices, bla 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 Kann ich nichts mitnehmen? Schade Oh, hier ist etwas Anleihe, okay Okay Thank God Come on Dead Eye Weltmeister, okay Premium Zigarren, okay Ah, das ist noch mehr gewesen, warte Das ist noch mehr Oh, die Steuerung, ne Machen wir den Shooter nochmal zu Da oben nicht noch eine Zigarre drauf, aber egal Gibt es bestimmt noch mehr zu looten, aber wir gehen jetzt mal zu unserer Wandel zurück Ja, los geht's Was hast du gefunden? Diese Bonds Sind sie wert oder was? Oh, sicher Bonds Bonds Ich denke, wir können diese sehr schnell verkaufen Well Done Now, würdest du all of this Train? Ja Get it out of here About them What do you think? I don't know It's up to you Kill'em Leave'em Here Take them with you on the train Just make sure they don't send no folk after us Okay See you back at camp When you get back We'll be moving on The rest of you Let's ride Ja, jetzt muss ich alleine mit ihnen rumstehen oder was? Oh Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, um ehrlich zu sein Ich hab mich wieder verklickt, ich glaub's nicht Okay Passiert 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 Ich wollte eigentlich mal L2 drücken Dann hab er ja Links gedrückt Dann Wo sind wir denn hin? Na ja Hab's verkackt Mal wieder Fail Play Ich hab links rechts Schwäche ab und zu Das ist echt übel ab und zu Naja Eigentlich wollte ich die laufen lassen, um ehrlich zu sein Jetzt natürlich nicht mehr Verdammt Naja, es passiert Fails sind am laufenden Band bei mir natürlich inbegriffen Aber Aber Ja Ja Ich hab natürlich eben noch ein bisschen noch rumlooten können Erlangen ja noch genug Äh Ja Lootobjekte Beziehungsweise Leichen Und äh Leider hab ich's ja nicht gemacht Warum auch immer Lord's sake Put that book away and go hell Oh Mary well So we getting out of this hell hole? We're gonna try Weather seems stable And we just robbed the Leviticus Cornwall train We got money in our pockets The worst is behind us gentlemen So the question is Where now? I know this country a little I told you We should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine We'll be able to hide out there no problem As long as we keep our noses clean Well then let's go Clean noses and everything else Arthur You're in that one Bring Hosea I know you two like to talk about the good old days And what's gone wrong with old Dutch Okay, the journey is going on Aber das ist schon mal gut Raus aus den Bergen, raus aus dem Schnee Hoffe ich zumindest Mal gespannt wo wir gleich wieder starten Ah Langsam geht der Schnee weg Lenny Micah Get over here Yes boss You two ride up ahead Make sure there's no surprises We've had enough of those Me? With the boy? Just go Come on kid You can buy me a whiskey Okay So Drück auf X Und wir steigen Achso Jetzt muss ich auch noch den linken äh fahren hier Kann ich eigentlich schon abspeichern Kann ich immer noch nicht Achso Hochšie Uh Rad geht gleich ab links Was ist das brennig? Nur Bist du gut da? Alles sieht gut aus? Was ist passiert? Ich habe die schlauhe. Alles klar, lass uns das fixiert. Du brauchst du Hilfe? Ich denke, dass wir es tun können. Alles klar, Charles, du und ich, steh das Ding auf, während du versuchen, die schlauhe zurück. Du bist noch stark genug, um die Schlauhe? Shut up. Ich sage nur. Steh das Schlauhe! Hä? Das war schon? Oh oh. Das war schon. Was denkst du? Wenn sie Probleme haben, dann haben wir sie nicht gesehen. Die Schlauhe. Wir haben sie wirklich verabschiedet, hier. Komm schon, wir müssen uns nicht schlauhen. Was ist passiert? Das war schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Die Indische in diesen Teilen haben wir eine sehr relativtliche Sache. Das ist die Harten wir in den Land gehen. Good Farmers und Gräse im Land. Die haben alles verloren. W�ste alles weg von ihnen, alle blöde aus, Killed oder hordet auf den Reservations in der Mitte des Nohres. Und wie ist das anders aus dem anderen? Well, vielleicht ist es nicht. Ich habe gerade gehört, dass ein paar der Armee hier besonders unbezüglich ist. Unbezüglich? Wie robben Sie und töten die Leute unbezüglich? Wir haben nicht, in der Dutch's sprechen. Ich glaube, dass ich vielleicht versuchen, etwas mehr Kompliziert für den Vorteil eines blockadellen Fahrers hier. Hey, nicht auf mich schuldig. Keine Ahnung. Dieser hier ist ein Kon-Mann, Charles. Gern und brennt. Nur weil es klingt komisch, bedeutet nicht, dass er etwas über was er spricht. Was ist mit deinem Traum? Ich weiß nicht, ob ich einen habe. Ich weiß nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Mein Vater war ein Colored-Mann. Er hat mir gesagt, er lebte mit unseren Menschen für ein paar Zeit. Ein paar Freemen machte. Aber wenn wir gefordert werden, von unseren Land zu gehen, die drei von uns bläst. Ich bin zu jung, dass ich mich wirklich daran erinnern kann. Ich bin zu jung, dass ich mich daran erinnern habe. Ein paar Jahre später, ein Soldaten hat meine Mutter getötet. Sie hat sie irgendwo. Wir sehen uns nie wieder. Wir spielten. Er war ein sehr schulder Mann, und der Drink hatte einen schulden. Um 13 Uhr, ich bin einfach auf mein eigenes Leben. Das war über die Jahre, wo wir jungen Arthur hier gefunden haben. Vielleicht ein bisschen älter. Ein wilder Delinquent, den du nie gesehen hast. Aber er lernt schnell. Nicht so schnell wie Marston, wahrscheinlich. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Was ist das Problem zwischen dir zwei, Arthur? Es ist eine lange Geschichte. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Wir gehen trotzdem den richtigen Weg? Das ist wichtig. Wir gehen trotzdem nach Westen, in der Suche der Glück und in der Verkaufung, in der Verkaufung, wie wir das planen haben? Nein. Wir gehen trotzdem in die richtige Richtung, auf unserem versuchten Weg von der Law, nach den Rücken? Ja, ich glaube so. Du kennst diese Region? Ein wenig. Ich habe es einige Mal. Es gibt eine Landwirtschaft, nicht zu weit von hier, called Valentine. Cowboys, Outlaws, Workin' Girls, unser Kind of Place. Driscoll? Wahrscheinlich auch sie. Pinkertons? Wir hoffen nicht. Und diesen Ort, wir gehen. Warte, was es wiederum? Horseshoe Overlook. Es ist ein guter Ort, für ein guter Ort? Es wird es für heute. Und wie tief du denkst, Dutch ist wirklich zu lie? Es ist nur, es ist nur, vielleicht ist es mir, es hat sich verändert, nicht ihn. Aber wir haben ihn gesagt, dass das Ferry-Job nicht richtig fühlt. Du und ich hatten einen realen Weg, in Blackwater, der könnte es funktionieren. Vielleicht. Es ist nicht so, wie Dutch, zu verlieren, wie so. Manche Dinge passieren. Menschen sterben. Das ist wie es ist. Es ist immer. Ich? Du? Dutch? Wir haben alle in dieser Linie gearbeitet seit langem. Und wir sind noch hier. Also, ich denke, wir müssen es richtig machen, als wir es falsch gemacht haben. So, langsam mal da hier. Wir haben alle hier. Was arbeiten wir da? Ein bisschen Jaro und Genseng. Gut für die Hilfe? Das ist besser als die Dinge, das du in der Store enthältst. Ja! Du kannst alles haben. Ich bin auf dem Punkt, wo ich es mit meinen Augen kaputtet werde. Okay! Danke! Ja, Loot! So, jetzt kann es überall los hier, Herr Cybers, du Lager hier. Kannst überall in der Spielwelt eine Vielzahl von Pflanzen finden, Lücke sie... Oh, mal schon. So, los jetzt, dann komm hier. Hey, slow up, I'll jump on. Was will ich jetzt hier? Easy now. Warum, weswegen? Ich hab nicht zugehört eben. Egal, feindlich war er hier, will er irgendwas finden oder was? Wann sind wir denn endlich da? Wer schießt hier? Ja. 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 Du bist nicht falsch, Hosea. Dieses Ort ist perfekt. Ich hoffe, so. Gentlemen. Wir haben überlebt. Für jetzt. Jetzt ist es Zeit, um zu prosperieren. Arthur und ich, wir sind zu prosperieren in Blackwater. Wir waren zu etwas Großes. Dann, Micah hat dich alle excited, über die Ferien, und hier sind wir. Wir haben alle Fehler gemacht, Hosea. Wir haben alle letzte von uns. Aber wir haben uns zusammengehalten. Wir haben uns lebens. Wir haben die Hosea aus unserer Hosea. Ich glaube, ich habe nur Angst. Ich habe nicht so lange, Dutch. Ich will die Leute safe, bevor ich gehen. Me, auch. Und jetzt sind wir nahe der Grizzlies, und aus dem Geld. Und weit weg von unserem Traum von Virginland in der West. Ich weiß, mein Bruder. Aber wir sind sicher. Wir machen ein bisschen Geld hier. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir nach ihnen. Wir gehen nach ihnen. Wir gehen nach Uncle Sam. In ein paar Monaten. Wir kaufen ein paar Land. Ich hoffe so. Würdest du einfach mal schauen? Der Welt hat seine Worte. Herr Schaus. Herr Schaus. Ich gehe in die Stadt. Und, du weißt, wenn ich ein bisschen Geld mache. Natürlich, Herr Strauss. Ich liebe die Banken zu verschwenden. Ich habe schon wieder was. dass wir schon leicht wieder aufzunehmen. Jetzt. Jeder, beist eine Worte. Ein Moment. Kommt. Kommt. Jetzt. Ich weiß, dass die Dinge, schwer, aber wir sind sicher. Jetzt. Und wir sind noch nicht leid. Also, es ist Zeit für alle, um mit den Arbeitslern zu arbeiten. Um mit den Arbeitslern zu arbeiten. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine's. Livestock town, all mud and morons if I remember right. That seems a decent place to start. And we need food, real food. That means every day, one of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. The girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. We're going to start now. We're going to start with you. Okay, let's do it right. Howshow Overlock. That's not really bad. Episode 1 through 1. Episode 2. Episode 2. Episode 2. Episode 1 after 2. Episode 1. Das sieht so aus. Arthur? Jose? Ja. Hecht ein Tag. Ich hoffe so. Es gibt ein paar Jungs in Valentin. Bill, Charles, Javier. Und Swanson hat etwas gefunden, in der Train Station, bei der Lake. Und Strauss kam zurück, mit diesem verrückten kleinen Lachen auf seinem Gesicht. Ich bin sicher, es gibt eine ganze Liste von Unfortunes. Er hat Geld fürchten. Danke. Und du? Ich werde ein Buch lesen. Ein bisschen abgeschlossen, okay. Mit dem schönen Lager hier. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Reingehauen. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss. Wir sind frei.